Mirko, das Menü, das Nachtessen, wie man so schön sagt. Gerollte Gemüsepfannkuchen auf rotem Babymango mit Orangen-Joghurt-Dressing. Wieso starten wir so? Wir starten so, weil ich mal keine Suppe im Starte haben wollte, sondern wirklich mal was ganz anderes, was frisches und was die Leute vielleicht nicht so kennen. Weil so ein Pfannkuchen, im Original heißt das ja Crespelle, so ein bisschen italienisch. Und dieser leckere Pfannkuchen mit Gemüse und auch Babymango und dann wiederum Süße. Also der Zwischengang ist ein bisschen Fisch. Und zwar haben wir ein Lolli gestaltet und diesen Lolli mit Lachs und das Ganze auf einem Algensalat. Süßlich-würzig, leicht aromatisch. Und dann geht es aber weiter. Wir wollten uns ja zum Zehnjährigen auch selber übertreffen. Haben dann noch ein Süppchen von der Brunnenkresse. Also auch da wieder ein völlig anderer Geschmack zu dem Lachs-Lolli. Und dann geht's mit Lachs-Lachs. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020